Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Nachdem wir in einer der letzten Folgen bereits Struktur durch Kategorisierung in unseren Shopware 6 Shop gebracht haben, widmen wir uns heute den filterbaren Eigenschaften. Diese helfen euren Kunden mittels Suchmaske dabei, den gewünschten Artikel zu finden, aber auch euch dabei Varianten zu generieren. Wir finden diese Kategorien unter Kataloge und Eigenschaften. Wie in den anderen Shopware 6 Episoden zuvor, gibt es auch hier wieder das Kontextmenü, mit dem jede einzelne Position bearbeitet werden kann. Wenn ihr eine neue Produkteigenschaft erstellen wollt, müsst ihr auf Hinzufügen klicken. Wir bearbeiten in diesem Fall mal die Eigenschaft Farbe. Die drei Pflichtfelder sind der Name, Darstellung der Ausprägungsauswahl und die Sortierung. Der Name ist höchstwahrscheinlich selbsterklärend. Hier können also auch beispielsweise Größe, Gewicht, Material oder Erscheinungsjahr eingetragen werden. Die Darstellung kann entweder in Text, Farb oder Bildform erscheinen und numerisch, alphanumerisch oder nach individueller Vorgabe sortiert werden. Die Beschreibung dient in diesem Fall nur der Wiedererkennung und besseren Einordnung, ist also in dem Fall keine Pflichtangabe. Haben wir diese Parameter eingestellt und das Ganze gespeichert, können wir die Eigenschaften Ausprägungen bestimmen. Also bei der Eigenschaft Farbe wären das eben jegliche Farben wie Grün, Blau, Gelb oder Orange und so weiter. Zur besseren Identifizierung, falls ihr eure Eigenschaftenausprägungen farblich ausspielt, gibt es hier auch noch genauere farbliche Zuordnungen. Ansonsten die individuelle Position und den Namen. Damit hätten wir unsere Eigenschaften angelegt und können diese einem Produkt zuordnen. Dafür gehen wir auf Kataloge und Produkte, wählen beispielsweise unsere Gabel aus und sehen hier den Reiter Eigenschaften zuweisen. Wir löschen die Ausprägungen und bestimmen zur Demonstration einmal, dass unsere Gabel blau ist. Speichern die Änderungen ab und begeben uns zu unseren Kategorien. Wenn ihr das Video verpasst habt, in dem wir erklären, wie man Kategorien anlegt und bearbeitet, ist oben rechts ein Link für euch. In unserer Kategorie Besteck haben wir alle drei Produkte untergebracht und in der Erlebniswelt eine Filtermaske integriert. Diese ist unter der Blockkategorie Sidebar direkt als erstes zu finden und wie gehabt einfach per Drag & Drop ins Hauptfenster zu ziehen. Wählen wir uns nun also nach dem Speichern ins Frontend begeben, sehen wir unsere drei zugeordneten Produkte in der Kategorie Besteck. Wählen wir in der Filtermaske die Farbe blau aus, wird uns nur die Gabel angezeigt. Wir haben also alles richtig gemacht. So erstellt ihr eure individuellen Produkteigenschaften, definiert sie für eure Artikel und bringt auf Basis dieser Eigenschaften eine Filtermaske in den Kategorien unter. Ich hoffe, wir haben euch damit weiterhelfen können. Wenn das der Fall sein sollte, lasst gerne ein Like und Abo da, um in Zukunft keinen brandaktuellen E-Commerce-Content mehr zu verpassen. Sollten bei der Optimierung eures Shopware-Shops Probleme aufgetreten sein, helfen wir von eBakery euch als Shopware-Agentur weiter. Informiert euch also gerne dazu auf unserer Seite und vereinbart direkt einen Termin mit den Experten. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung und im Video oben rechts. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer eBakery-Team! Bis zum nächsten Mal!